hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Transfer Fever wir stehen hier in der Alfhausener Lebensmittelfabrik die da liegt Entschuldigt den Huster wir haben hier Brot will ich jetzt nicht sagen das sind ja 20 guck mal hier sind immer noch 22 im Lager drin wo ist der Zug schon wieder hier ist gerade losgefahren 65 Getreide 31 Vieh das ist doch gut guck mal hier ist stehen schon wieder richtig viel Vieh dran und richtig viel Getreide alter Vater ja 800 die Obergrenze krasse Sache ist das wenn man sich mal die lange Bahnstrecke anguckt muss das auch so sein 12 11 die nehmen ja alle hier schon voll mit der 8 na der noch nicht der fährt erst gerade dorthin aber ist schon ganz schön krass ich schon ganz schön krass mein lieber Schwan ja ganz schön krass so die Kocken haben die sich denn schon geupdatet gut schluckschschupp schluckschupp muss schon wieder sagen gut schluckschupp schluckschrup merger gelandet woanders hier wollte ich nicht hin Ja, 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 hier will ich hin. Ne, noch haben sie sich nicht geändert. Mir fällt gerade auf, das Rad dreht andersrum, oder? Falsch rum. Ah ne, da bremst der gerade, ne? Der bremst ja gerade. Dann ist es berechtigt, dass es so rumdreht. Gucken wir gleich mal, ob es richtig rumdreht, wenn es auch rausfährt. Auf jeden Fall ist die Kocke hier, die Hausener Kocken, die sind sehr gut besucht. Ah no, jetzt dreht es richtig rum. So, jetzt lädt es ab. Jetzt lädt es drauf. Es hat sich noch nicht geändert. Alles klar. Jetzt wird es tragisch, wenn die jetzt hier gerade kommen. Wenn ihr das Boot ablegt, ne? Das ist ja wie, du kommst zu spät zum Pier von der Titanic und freust dich dann aber hinterher, dass du nicht gestohlen bist. Im Nachhinein, weiß man das ja dann. So. Das funktioniert, ja. Wer gibt dir richtig Stoff? Da schauen wir denen einfach mal zu hier, wie der richtig Stoff gibt. Da oben gibt da auch jemand richtig Stoff. Ja, meine lieben Freunde. Das ist hier die 4472. Das ist was sehr schönes, ja. Der andere Zug ist dort auch gerade rein verschwunden. Ich sehe gleich gleich wieder nichts, weil jetzt geht es bergauf. Und da will er seine Geschwindigkeit auch halten. Wir setzen noch nicht, aber jetzt fängt es wieder an mit Rauchen. Da wird wieder was in seinen Ofen geworfen. Und seinen Dampfkessel. Schaut bestimmt super aus, wenn ich jetzt die Perspektive hier nehme. Weil ja gleich auch was entgegenkommt. Hinten sieht es ja schon auch sehr qualmisch aus. Der Pferderzug nach oben zu den anderen Bauernhof. Wir haben aber grünes Licht hier. Na ja, fast. Hier kommt ein Zug. Und jetzt hier. Fast schön. Aber man kann es ja nicht immer schön haben. Das will nach Belltime. Acht nach das Stück. Kann er aber nicht alles tragen. Was sagt uns das? Und der hier. Elsdorf. Null. Logischerweise hat er gerade nichts mit. Der überholt aber. Weil er nicht so viel geladen hat. Logischerweise. Schaut euch das an. Den würde ich gerne umdrehen lassen. Zack. Hier, du fährst mal mit nach Belltime. Hast kein Weg. Drillst du mal um. Hasst gleich Weg. Wenn ich dir ein bisschen was dazu bereit erkläre. so. So. Na, auch der langen Brücke. Könnte man das ja mal machen, ja auf jeden Fall, ja erübrigt sich das ja und danach kann ich ja eh reingehen, dann mach mal den da. Warte hier draußen, du würdest mir sagen, dass du keinen Weg hast, dann drehen wir um. Wie, du hast keinen Weg, willst du mich verarschen? Ach so, Brotweltheim natürlich. Ich dösel. Das ist döselhaft grad von mir gewesen, aber sehr stark. So, wenn der zu hinten ist, guck mir mal die Linie an. Ja, so soll die auch sein, korrekt. Dann liefert der jetzt Brot ab. Der Ort ist heavy. 23% sind es grad noch. Jetzt kommen wir aber nochmal 64% dazu. Lalalalala. Lalalalala. Gucken wir doch mal, was denn steht hier? Guck mal, 28%. Und was wird hier gebaut? Industrie. So, tun wir den mal hier so schalten und mal Fullspeed. Hyperspace. Mach ich ja eigentlich nicht so. Gern. Aber jetzt können wir es ja mal machen. Schwuppdiwupp. Wo treffen die sich denn jetzt? Hoffentlich in der Mitte. Ziemlich mittig wär sehr gut. Ja, der ist grad im Tunnel. Ja, hier ist auch gut. Nicht, dass ich nicht irgendwann mal in die Quere komme. Ja, da ist immer noch was dran. Das wird auch langsam weniger. 64% wurde jetzt nicht vollbekommen. Aber das ist auch was. Immerhin ein was. Ja, meine lieben Freunde, das war es jetzt erstmal damit. Dann haben wir die Güterstrecke ausgebaut in den letzten Folgen. Ich kann nochmal nach Walmo gucken, wie jetzt hier die Brotversorgung ist. 64% ist gut. Lauter Anzeige. Und ich sag auch, macht es erstmal gut. Wir sehen in der nächsten Folge weiter. Ich höre jetzt erstmal auf mit dieser Aufnahme Session. Und dann sehen wir immer noch weiter. Was wir hier alles schönes machen können. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.